So, jetzt gehen wir mal vorne aus, wir sind richtig gute Autofahrer, wir wissen schon mehr oder weniger, was für Fahrwerk-Setup, Motor-Management-Setup wir einstellen können und sollen, wollen wir mal gemeinsam das Thema Drift mit angehen. Grundsätzlich, Punkt 1, bevor es losgeht, und vergewiesen Sie sich bitte, dass Sie das DSC ausmachen. Den DSC-Knopf finden wir ganz vorne, links vom Gangmalhebel, diesen Knopf 3-4 Sekunden gedrückt halten, einfach nochmal einen Blick ins Kombi-Instrument, da kommt dann dieses Schleuderauto mit dem Off-Zeichen gleichzeitig und dann weiß man jetzt das DSC aus. Um einfach meinen kontrollierten Drift mit einzuleiten, ich würde auch empfehlen, speziell hier im M3, M4, den zweiten Gang zu wählen. Im zweiten Gang hat man einen schönen Verlauf vom Drehmoment. Ich mache es so, wir sind jetzt hier bei uns am bewässerten Kreis, im Driving Experience Center hier in Maisach. Ich schaue mir einfach mal die Situation an, ich schaue mir den Platz genau an. So, jetzt fahre ich einfach so mit 15 bis 20 kmh, das wäre auch so für Sie die optimale Ausgangsgeschwindigkeit. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Hinterachse einmal kurz durchdreht. Kurz heißt, einen kurzen Gasstoß ausüben, die Hinterachse dreht durch. Was wird passieren? Auf einmal ist das Auto quer, man hat das Gefühl, hey, was ist denn jetzt los? Das Heck will einen überholen. Dann ist es ganz entscheidend, mal kurzzeitig den Fuß vom Gas zu nehmen und aber gleichzeitig auch beginnen mit dem Gegensteuern. Gegenlenken heißt, Sie müssen immer dahin lenken, wohin das Heck hinausschiebt. In meiner Situation, ich fahre hier eine Linkskurve, das heißt, wenn ich einen Gasstoß ausüben werde, muss ich immer nach rechts gegenlenken. Man muss da sehr, sehr schnell sein. Wie viel man gegenlenkt, ist nämlich davon abhängig, wie quer das Auto ist. Wenn man das Gefühl hat, hey, der Heck will einen komplett überholen, dann muss man bis zum absoluten Lenkanschlag gegensteuern. Wenn man aber das Gefühl hat, hey, es ist noch ein bisschen was, ein bisschen querfahrt, dann kann es sein, dass man noch ein bisschen gegensteuern muss. Versuchen Sie, situativ schnell zu lenken und ebenso viel wie nötig. Orientierung, Blickführung sollte man nach links hin wandern, also immer dahin sehen, wo man auch hin entlangfahren will. Wenn man das mal verstanden hat, einen ersten knackigen Gasstoß zu setzen, gegenzusteuern, den Fuß vom Gas zu nehmen und die richtige Blickführung zu bewahren. Sie müssen sich überwinden, dauerhafte Gasstöße mit auszuüben. Also in der Theorie sieht es so aus, ein Gasstoß, Fuß vom Gas, gegensteuern und dann aber währenddessen man am gegenlenken ist, den zweiten, den dritten, den vierten Gasstoß folgen lassen. Sie müssen sich das immer so visuell vorstellen. Die Hinterachse, die muss immer etwas durchdrehen, damit das Auto eine gewisse Querbeschleunigung mit aufbaut. Also primär ist der Gasstoß gefordert, sekundär brauchen wir die Lenkung und unsere Blickführung, um das Ganze zu kontrollieren. Los geht's. Jawohl, und jetzt spiele ich mit dem Gas. Ich versuche mit den Augen immer zu den Piloten hinzusehen, also dahin, wo ich driften will. Und versuche einfach an der Lenkung auch relativ wenig zu machen. Das Gegenlenker immer mit beibehalten. Primär dauerhafte Gasstöße ausüben. Sehen Sie bestimmt, jetzt macht es schon langsam Laune, es macht Spaß. Wichtig ist auch, Sie müssen nicht Vollgas geben, die Driftzeit. Ich gebe so in etwa mit diesem Auto, mit den 450 PS, unter diesen Bedingungen natürlich so 20, 30 Prozent an Intensität. Aber keine Sorge, das Übersteuern, das Driften, das erfordert einfach ein bisschen an Erfahrung, ein bisschen an Übung. Man muss sich da schon langsam, Step by Step an diese Sache mit dran lassen. So, und wichtig ist dann, wenn Sie den Drift auch mit beenden wollen, einfach den Fuß vom Gas zu nehmen und all das, was Sie gegengesteuert haben, müssen Sie auch wieder zurücklenken. Also, im Hinterkopf, der Drift ist erst dann vorbei, wenn der Fuß vom Gas ist, wenn man das Gegenlenken wieder zurückgedreht hat. Und auch hier wieder, ganz wichtig, schauen Sie einfach immer dahin, wo Sie hinfahren wollen und dann funktioniert das auch. Also, Driften macht Laune, macht Spaß, aber es erfordert ein bisschen an Übung, an Erfahrung und wenn da mal der Schalter umgelegt ist, erleben Sie maximale Freude am Fahren. und dann macht uns zu diesem großen Wissen vor einem Reineнд. Und dann darf ich момer dances hören zum Schluss. Und dann kann man, was Sie tun haben, dass Sie sich fakes, committing Xbox, erstheben Sie nur noch was, Und dann darf ich nur Sie, wenn man hier hin'mெdb зависer.